Das sind gute Angriffen. Mal schauen wie lange das hier geht. Ist das mein Diesel? Nicht Spass. Jetzt kommen wir zu dieser Ringer. Natürlich. Die Kampftechnik hier ist echt schon ziemlich gut und macht Spass. Vor allem wird Ray mit 50.000 Menschen halt fertig. Wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht. Sie sind nicht gleich zu bellen Teil. Wir stellen uns auf einem Verkappen. Wir sehen uns auf euch. Wir sehen uns bei einem anderen Teil. Wir sehen uns bei einem Kampftechnik. Wir sehen uns für die Beteiligung. Wir sehen uns die Beteiligung, Wir sehen uns über die Beteiligung. Ambers? Bam! Nice one! Letzte Welle! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los poner! Hau��! Hau! Lass mich los! Ich bin der Beteilig. BAM! Martial Arts Club gemeistert! Nice! Da habt ihr's Kriegsrecht! Nice! Hawk Penro Outfit 60.000 Das heisst alle Martial Arts Clubs gemeistert! Finde ich gut! Und dann haben wir auch das erledigt! Hier ist Aberdeen Mal kurz schauen wie's dort aussieht 26 von 90 Von 29 Vier Stück Hä? Vier Stück? Da sind noch drei Ne, das sind drei Rechnen können sollte man vielleicht Da sind drei Timmatrie, die Rappers keep buying These hell of a gimmicks They act like it's all over They love you money So when it's all over Are you a double business? I'm gonna lose up But I've been a high too long It feels like I got it Look man, you won the best I got it But I don't sell to just anybody Ich muss mein gelben bisschen ausgeben. Für einen gelben Lamborghini. Ich komm gleich später nochmals. Ab nach Aberdeen. Noch 3 Tresoren in Aberdeen. Vielleicht find ich ja die 3 Stücke. Erstmal nach Aberdeen Island. Letzte Runde fahren. Sehen hier ob dort noch irgendwas fehlt, was er offen ist. Nehmen wir schön auf die Karte schauen. Ansonsten schreit einfach so laut ihr könnt wenn ihr was seht. Kurz mal schauen was der Typ hier verkauft. Hot Dogs. Nehdanken. Hot Dogs. Nehdanken. Ne. Alles gut ich hab dich nicht gesehen. Sieht aber gut aus hier, dass wir hier wirklich alles schon gesehen haben. Da wird zumindest nichts mehr angezeigt, was fehlen würde und hier unter mir ist auch nichts, abgesehen von der Gefälligkeit, die wir erledigen könnten. Ja sicher, jetzt werde ich bestohlen, war klar, war so klar. Komm schon, das war ja mal gar nichts, der Typ ist natürlich weg, ist klar. Wird mir hier überhaupt noch mal gezeigt, in diesem Stadtviertel doch, ich wollte schon sagen, sonst wäre es ziemlich nervig gewesen. Nee, nicht da drüben. Dort ist noch jemand, der was verkauft. Gestrollenes Kunstwerk, ein Schnäppchen zum doppelten Preis. Nee. Fuck. Wollte ich nicht, ich hätte es eigentlich gerne gekauft. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Schade. Schade. Ach so, hier seid ihr. Schade. Das ging, ey. Einfach. Komm schon. So. Ich bin da grad die Karte noch am raussuchen, nebenbei von Aberdeen. Die ich leider gerade irgendwie nicht finde. Oh ne, da kann ich ja wahrscheinlich nicht hoch. Nee. Sorte. Vielleicht kann ich es jetzt dann nochmals kaufen. Irgendeine Errungenschaft ist glaube ich auch alles zu besitzen, was man kann. Okay. 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 Auf Abdeen Island ist doch was. So hier. Unten. Und hier. Aber wurde mir gerade gar nicht angezeigt. Ansonsten muss ich es halt doch nochmal anschauen. Und jetzt bin ich gerade hier. Dann haben wir links wäre auch noch vielleicht einer. Also ein Tresor. Ganz links. Ja. Wie auch immer man dorthin kommt. Nee. Hm. Immer ins Wasser springen. Oder kommt man hier auch nur hin mit einer Mission. Das Gelände sieht ziemlich sicher aus. Hallo? Wahrscheinlich, weil Wei kann hier gar nicht raus. Da kann Wei raus. Okay. Wow. Sieht ziemlich sicher aus, aber man kann einfach rein. die Tür ist nicht. Ist ja wahrscheinlich da draussen an der Maul. Oder dort oben. Wie auch immer man nach dort oben kommt. hier. Gut. Den haben wir da auch. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Welche Nummer war das jetzt? Also von der Anzahl her. Okay. Okay. Please come again. hey. Hey, this way. I need a car. A car? Da klar. Hier unten, aber den haben wir schon, das weiss ich gerade. Dann hier. Hier in der Gasse. Ich sehe zwar nicht, wo du herkommst und wo mein Auto bleibt, also Motorrad habe ich gut. Danke für gar nichts. Ich sehe zwar nicht, wo du herkommst. Danke.